Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Am Bau braucht es nicht nur Haus, sondern auch Sachverstand. Genau deshalb ist Ingenieur Thomas Hagen-Edinger als Bausachverständiger für Sie tätig. Mit seinem Fachwissen dient er zahlreichen Firmen und Privatkunden in ganz Österreich als kompetenter Ansprechpartner. Dank über 40 Jahren Branchenerfahrung erkennt er Baumängel frühzeitig und reduziert so das Risiko für Mehrkosten. Doch beim Gutachten hört es noch lange nicht auf. Das Angebot umfasst auch Kaufbegleitungen und Immobilienbewertungen zum Schutz vor teuren Fehlentscheidungen, normkonforme Objektsicherheitsprüfungen sowie nachhaltige Schimmelbekämpfung und Sanierungskonzepte. Im Schadensfall durch Baumängel oder Schimmel erhalten Sie alle zur Behebung notwendigen Leistungen aus einer Hand. So garantiert man Ihnen einen reibungslosen Ablauf der Sanierung. Baumeister Ingenieur Thomas Hagen-Edinger, empfohlen von der Firmen ABC Redaktion. Von der Branchen Trin Bis zum nächsten Mal.